Erst das Land, dann haben wir die Meere erobert, den Himmel und den Weltraum. Und ich werde die erste Person sein, die jemals einen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems betritt. Ich. Werden Sie dort unten alleine glücklich sein? Der glücklichste Mensch der Welt. Find hier! Jawohl, Kapitän. Was ist hier los? Ich habe einen Fehler gefunden. Kapitän, hat Ihr Ex-Mann Ihren Traum unterstützt? Warum fragst Du mich sowas? Menschen, die frei sein, findet Ihr? Manche zumindest. Was willst Du finden, Jan? Sag's mir! Glücklich sein? Kannst Du im Glücklich frei sein? Du hast einen Ausschalter. Es ist schwer, seinen Traum zu behalten. Man muss ihn verteidigen. Jeden Tag. Jeden Tag. Es ist ein Freund. Immer mit dem. Du bist eine Herrera. Mann. Du kannst mich…